Weiter geht es mit den Comics der Reihe Jedi-Chroniken. In diesem Fall dem zweiten Band, Der Untergang der Sith. Ebenfalls wie der erste, geschrieben von Kevin J. Anderson. Fangen wir gleich an. Die Story knüpft direkt an den Vorgänger, das goldene Zeitalter der Sith, an. Jory Daragon ist zurück in die Republik mit ihrem Schiff und versucht die Kaiserin ihres Heimatplaneten zu warnen, dass sie auf das Sith-Imperium gestoßen ist und dass ein Angriff bevorsteht. Bis zur Kaiserin schafft sie es jedoch nicht, denn sie wird sofort bei ihrer Ankunft in Gewahrsam genommen. Im ersten Teil gab es ja Probleme mit einem Geschäftsmann, der eine von ihr und ihrem Bruder entdeckte Hyperraumrute genutzt hat und dabei Fracht verloren hat, weil die Rute sich als gefährlich herausstellte. Er hatte ein Kopfgeld auf die Daragon-Geschwister ausgesetzt und sie mussten vom Planeten fliehen und dabei mussten sie auch gegen die Verteidigungsstreitkräfte des Planeten kämpfen. Und die sind jetzt natürlich immer noch angefressen deswegen. Und das führt mich zu meinem großen Kritikpunkt, den ich in meiner Review zum ersten Teil schon angesprochen habe. Die Geschwister Gav und Jory Daragon sind mir nicht sympathisch. Sie sind auch nicht interessant. Und ich konzentriere mich in diesem Teil jetzt nur mal auf Jory. Sie ist eine Bitch. Sie ist eine dumme Schlampe. Ich kann es nicht anders sagen. Sie ist so selten dämlich. Sie und ihr Bruder schießen die Verteidigungsflotte vom Planeten ab im ersten Band, weil sie fliehen müssen. Okay. Sie machen währenddessen natürlich ein paar witzige, geile Sprüche. Jetzt kommt sie zurück, um die Einwohner dort zu warnen, dass sie das Sith-Imperium entdeckt hat. Und sie fragt sich so, was ist denn los? Was habt ihr? Wieso lasst ihr mich nicht zur Kaiserin? Und die nehmen sie in Gewahrsam, weil natürlich sollten sie sie in Gewahrsam nehmen. Ihr Charakter ist einfach so selten dämlich, so nervtöten, so arrogant kommt sie einfach nur rüber. Und Anderson versucht dann, er bringt so eine Szene ein. Sie wird kurzzeitig zu einem Gefängnislager gebracht. Was ist verdient? Verdient. Da gehört sie hin. Und sie ist so traurig, weil... Und dann fängt sie an zu weinen, weil sie muss ihnen doch sagen, oh nein, mein Bruder, er ist noch in diesem Sith-Imperium und die sind so unterwegs. Warum will mir denn niemand zuhören? Was habe ich denn getan? Und ich glaube, das soll irgendwie Sympathie wecken. Und das tut es nicht. Es hat mir nur noch deutlicher gemacht, was für ein Miststück sie ist. Und wie scheißegal mir das ist. Sie hat es verdient. Also das ist echt schlechte Charakterearbeit auf Seiten Kevin J. Andersons. Und das sollte mich nicht überraschen. Ich kenne schließlich seine Bücher. Aber weiter in der Story. Während sie also im Gefängnislager erstmal vor sich hinschmort, wechseln wir die Perspektive zu Nagasado. Endlich kommen wir wieder zu etwas Gutem. Der beginnt mit seinem Feldzug gegen die Republik. Und kurz zusammengefasst. Es kommt zu einem Angriff auf Coruscant. Jori schafft es aus dem Gefängnislager auszubrechen. Sie warnt dann doch die Kaiserin. Und sie können sich schon ein bisschen verteidigen dann auf Coruscant und anderen Welten. Es gelingt ihnen dann auch, Nagasado zurückzuschlagen. Und während all das passiert, haben wir noch diese kleine Handlung rund um Gath Daragon, der ja im Sith-Imperium geblieben ist und von Nagasado in den Sith-Magie-Künsten unterwiesen wurde. Und diese Storyline ist so dermaßen unterentwickelt. Da ist Potenzial für etwas, aber das wird nicht genutzt. Es soll uns irgendwie zeigen, dass Gath Daragon leicht der dunklen Seite an einem gefallen ist. Und dass er irgendwie Rache an seinem Volk wollte, weil sie ihn irgendwie verstoßen haben oder für all die Ungerechtigkeit in seinem Leben. Aber das ist nicht gut entwickelt. Nicht im Geringsten. Und das ist Pech, weil daraus hätte man was machen können. Und das führt eben zu meinem Punkt. Diese beiden Geschwister, die Daragon-Geschwister, sind die schwächsten Charaktere. Und sie sind die Hauptcharaktere. Jedenfalls kommen wir schnell zum Ende. Nagasado wird zurückgeschlagen. Es stellt sich raus, Ludo Crash, den er dachte, im ersten Band gedötet zu haben. Er hat doch überlebt. Jetzt stirbt er aber. Er liefert sich noch eine letzte Schlacht mit Naga Sado. Dann liefern sich die Verteidiger von Coruscant, Kaiserin Teta, auch noch einen Kampf mit Sado danach. Und er ist so geschwächt und muss fliehen und täuscht seinen Tod vor. Und Sado flüchtet nach Javin 4. Und er lässt dort seine Messassi-Krieger, die Tempelanlagen, bauen. Was ich großartig finde. Und was die Daragon-Geschwister angeht. Ähm, Geth stirbt im Raumkampf gegen Sado quasi. Und Jory bekommt ihre eigene Werkstatt auf dem Planeten und ihr wird für ihre Dienste gedankt. Sie hätte ein wesentlich schlimmeres Schicksal verdient, wenn es nach mir ginge. Aber hey, Happy End in etwa. Und so beenden wir Jedi-Chroniken, der Untergang der Sith. Also, was halte ich nicht nur von diesem Band, sondern von dem vorigen Band und diesem zusammen? Es ist ja quasi ein Zweiteiler. Die Geschichte wird im einen angefangen und in diesem erst beendet. Sie sind okay. Sie sind schön, nett, unterhaltsam. Aber sie haben eben große Schwächen. Und die größten Schwächen sind natürlich die Hauptcharaktere, die Daragon-Geschwister. Es tut mir leid. Das muss ich einfach sagen. Dafür ist halt alles mit Naga Sado sehr gelungen und den Sith. Und auch die ganze Ästhetik, wie gesagt, ist wirklich großartig. Aber insgesamt fühlen sich diese zwei Teile an, als würde es zu schnell abgehakt, während es sich gleichzeitig viel zu viel Zeit lässt. Es klingt seltsam, aber der Anfang im ersten Band, das goldene Zeitalter der Sith, zieht sich ein wenig dahin und dann geht es plötzlich ganz schnell. Und dann zieht es sich wieder und dann geht es wieder zu schnell. Und es ist einfach nicht in einem angenehmen Tempo. Ich meine, das hier soll den großen Hyperraumkrieg abdecken. Und ich glaube, das waren vielleicht zwei Seiten. Also es waren mehr, aber so kam es mir vor. Weil es war wirklich einfach nur, ja komm, schließen wir es hier jetzt schnell ab. Wir haben nicht genug Platz, nicht genug Zeit. Das ist schade, weil es vielleicht mehr verdient hätte. Denn die Story hier drin für eine Kevin J. Anderson Story ist sie in sich tatsächlich schlüssig und liest sich nicht, als wäre sie von einem geistig Zurückgebliebenen geschrieben worden. Und das ist das größte Kompliment, das ich dem guten Kevin machen kann. Aber wie gesagt, er hat eine scheiß Arbeit bei den Hauptcharakteren geleistet. Trotzdem würde ich den Untergang der Sith empfehlen. Ich mag die Jedi Chroniken-Reihe und ich denke, diese zwei Bände sind fein, die sind okay. Könnt ihr gerne lesen, da kriegt ihr schon was. Aber die folgenden Bände sind meiner Meinung nach stärker, wenn Tom Vitsch übernimmt. Aber darüber rede ich dann in einem anderen Video. Das war die orbittante mehr 1 ана 2 2 2 Vielen Dank.